Herzlich Willkommen zu einem neuen Vortrag in unserer Reihe Heilige Orte. Unser heutiges Thema ist der Heilige See, ein besonderer Ort in nahezu jedem ägyptischen Tempel, auch wenn Ihnen wahrscheinlich von Ihren Ägyptenreisen nur zwei heilige Seen wirklich in Erinnerung geblieben sind. Und das ist zum einen hier links im Bild in Karnak im großen Amun-Tempel und dann rechts der Heilige See von Dendera. Der Heilige See ist ein Ort im Bezirk des Tempels und er ist definiert dadurch, dass er wirklich ein Teil der Architektur ist. Es ist ein gemauertes Bassin, ein gemauertes rechteckiges Becken, zu dem mehrere Treppen hinunterführen und er wird gespeist vom Grundwasser. Das heißt, er ist nicht durch einen Kanal oder ähnliches mit dem Nil verbunden. Um seinen Stellenwert, er hat natürlich eine oder sogar mehrere symbolische Bedeutungen und viele Funktionen, die wir uns heute anschauen wollen, etwas besser in den Kontext des Tempels einzuordnen, wenden wir uns dem ägyptischen Tempel als heiligem Ort, kurz als einleitende Phase, zu. Denn der ägyptische Tempel ist das Abbild der Welt, das Abbild des Kosmos. Und das kann man an vielen einzelnen Bauelementen und auch Elementen der Dekoration erkennen. Das beginnt bei den Säulen oder lassen Sie uns bei den Säulen beginnen, die anders als griechische oder römische Säulen nicht einfach ein tragender Bauteil sind, sondern schon in ihrer Form eine gewisse Symbolsprache beginnen. Die ägyptische Säule ist stets eine Pflanzensäule. Entweder stellt sie einen Baumstamm dar, wie etwa bei der Palmsäule, oder einen Pflanzenstängel. Das sieht man zum Beispiel hier recht gut. Die Säule ist immer leicht geböscht, das heißt hier ausgezogen, zieht sich unten wieder zusammen und hat in ihrem unteren Teil auch stets die Dekoration eines Pflanzenstängels mit den anliegenden Kelchblättern. Und blicken wir nach oben zu den Kapitellen, so werden wir auch dort sehen, dass sie verschiedene Pflanzen nachbilden, beispielsweise den Lotus oder den Papyrus oder dann in der griechisch-römischen Zeit eine Vielzahl von Mischformen. Aber das Pflanzliche ist hier also das Entscheidende. Und wenn wir schon gerade nach oben schauen, dann wollen wir doch den Blick auch gleich zur Decke wenden und zu ihrer Dekoration. Die Decke symbolisiert den Himmel, den Sternenhimmel, mit zwei grundsätzlichen Prinzipien. Rechts unten sehen Sie eine Abfolge von Bildfeldern, wo wir die Sternzeichen erkennen können. Die göttlichen Wesen, die die verschiedenen Sterne symbolisieren, die auch eingetragen sind, die sich als Sternbilder am ägyptischen Himmel wiederfinden und die meistens in einer Barke stehen. Eine Sonderform ist der Tierkreis, der nun schon sehr nahe an unsere Vorstellungen des Sternenhimmels heranreicht. Der Tierkreis aus Denderer, heute leider nicht mehr vor Ort, sondern im Louvre im Original befindlich, ist diese Himmelsvorstellung sehr wahrscheinlich aus dem Zweistromland inspiriert worden. Eine andere Darstellung des Himmels haben wir rechts oben. Hier sehen wir die Himmelsgöttin Nut, die sich mit ihren Armen weit herabbeugt, sodass ihr ganzer Körper so einen Dreiviertelskreis beschreibt. Und sie verschluckt die Sonne am Abend und dann durchwandert die Sonne den Körper der Himmelsgöttin und sie wird am nächsten Morgen, hier sehr schön zu erkennen, dann wiedergeboren. Eine Vorstellung, die wir hier zwar auch im Tempel etwa von Denderer finden, aber die überwiegend dann in Gräbern, in königlichen Gräbern, wo es ja überhaupt auch in den Büchern am Duat, in der Jenseitsliteratur oder im Pfortenbuch um die Nachtfahrt der Sonne geht. Also die Decke des Tempels ist der Sternenhimmel. Und nun gehen wir von der Decke hinunter in die Sockelzonen. Und in den Sockelzonen haben wir die Darstellung des Nils, der ja ganz prägend für viele Vorstellungen in Ägypten ist. Und hier sind es eine Reihe von Personifikationen, die mit den verschiedenen Gaben des Landes, also mit Pflanzen, aber auch mit dem Wasser des Nils aufgereiht sind. Das sind Personifikationen oder auch Nil-Gottheiten, wobei wir diese Nil-Gottheiten hier in einer der ältesten Variationen aus dem Totentempel des Ni-U-Sareh definieren können als ein zweigeschlechtliches Wesen, das also deutlich weibliche Brüste zeigt. Das ist ein sehr üppiges, einen sehr üppigen Körperbau hat und gelegentlich sogar durch darüber gelegte Wellenlinien, Wasserlinien, ganz direkt auch ikonografisch den Hinweis auf den Fluss, auf das Element Wasser gibt, den er verkörpert. Und dieses Element, das wir in der Sockelzone finden, also direkt aus dem Boden aufgehen, manchmal sind sogar Pflanzen noch dazwischengestellt, hält sich also vom Alten Reich an bis in die griechisch-römische Zeit. Und wir verlassen Ägypten und gehen links oben hinaus nach dem Süden, nach Nubien in den antiken Sudan. Hier von unserer Grabungsstätte in der Königsstadt Naga haben wir genau dieselben ikonografischen Darstellungen wie drei Jahrtausende vorher die Nilgottheiten, die hier aneinander gereiht sind und mit Wassergefäßen versorgt sind. Auch in dieser späten Form können immer wieder weibliche Personifikationen von Gütern, von Landgütern oder auch von Gauen dazwischengestellt werden. Diese Vorstellung des Nilgottes ist auch in die königliche Rundplastik übernommen worden. Links oben die berühmten Fischopferer von Amenemhed III. aus dem Ende der 12. Dynastie, also etwa 1800 v. Chr. eine sehr ungewöhnliche Darstellung, was etwa auch die Haartracht und die Bartracht des Königs zeigt. Und sie tragen Opferplatten vor sich, wie wir sie auch bei den Nilgottheiten gesehen haben. Und von diesen Opferplatten hängen die Opfergaben, Fische, verschiedene Pflanzen und auch Vögel herab. Also wir sind ganz wieder in dieser Umgebung des Nils mit seiner Tier- und Pflanzenwelt. Dieser Typ, also auch mit diesen Opferplatten, ist dann vereinzelt im Neuen Reich und auch in der Dritten Zwischenzeit etwa von Thutmosis III. oder von Osorkon wieder aufgegriffen worden. Entstanden ist dieser rundplastische Typus im Mittleren Reich, wo wir auch in der Mitte reine Darstellungen von Nilgottheiten haben. Hier offensichtlich ein Fragment aus einer Gruppenstaat, aus einer Statuengruppe. Der Bart gibt uns sofort den Hinweis, dass es sich hier um eine Götterdarstellung handelt. Wir sehen die weiblichen Brüste und etwas abgebrochen die Libationsgefäße. Nichts anderes steckt auch hinter der sehr ungewöhnlichen Darstellung des Echnaton-Rechts, also jenes Königs, der sich von der ägyptischen Göttervielfalt getrennt und den ersten monotheistischen Gott eingeführt hat, nämlich die Sonnenscheibe Aton, dessen einziger Prophet er gewesen ist. Und es ist viel herumgerätselt worden an dieser Darstellung des Königs, die ihn mit so auffällig breiten Hüften und üppigen Oberschenkeln zeigt, mit dem kleinen Bäuchlein, das sich immer über dem Gürtel nach vorne schiebt und ihm vergleichsweise dazu sehr, sehr hageren, fast schon dünnen, ausgemergelten Oberkörper. Und man hat ihm allerlei Krankheiten andichten wollen, an denen er gelitten hat. Aber es ist nichts anderes, als dass er sich hier auch in dieser alten Tradition der Darstellungsweise von Fruchtbarkeitsgöttern, von Nilgottheiten darstellen lässt. Es gibt keine Darstellungen des Gott, des göttlichen Wesens mehr, außer der Sonnenscheibe, also etwas Anikonisches. Und nun rückt die königliche Familie gewissermaßen in diese Position. Er übernimmt die Rolle der Fruchtbarkeitsgottheit, der Vatergottheit und seine Frau und die Töchter, also Nofretete und die sechs Prinzessinnen schlüpfen in die Rolle der Mutter- beziehungsweise der Kindgottheiten. Ungewöhnliches Aussehen, aber identisches Prinzip. Kehren wir zurück in den Tempel, der auf, so will es die Mythologie, auf dem ersten Stück Land entstanden ist, das sich aus dem Ur-Ozean nun erhoben hat. Also eine Vorstellung, die wir ja durchaus etwa auch im Alten Testament, Stichwort Sintflut finden, dass es ursprünglich eine riesige Wasserfläche gegeben hat, die das ganze Land bedeckt hat. Und dieser Ur-Ozean, als dessen symbolische Bedeutung man auch den Heiligen See ansprechen kann, wird in der Tempelarchitektur wiedergegeben durch eine sehr besondere Form, der gewaltigen Ziegelmauern, die das gesamte Tempelareal umgeben. Man sieht es, die beiden Bilder auf der rechten Seite, jeweils in Dendera, man sieht es in der Daraufsicht, aber dann auch sehr schön in dieser Seitansicht, vertreibe etwas, dass hier die Lagen der Ziegel nicht genau waagerecht ausgerichtet sind, sondern dass man Kompartiment für Kompartiment hier sozusagen diese geschwungenen Wellen in der Lage der Ziegel nachgebaut hat. Und dass dies nicht, ich sag mal, hier ein Zufall ist oder vielleicht entstanden ist durch unterschiedliche Setzung der Ziegelwände, lässt sich sehr schön in Kalapscha beobachten, also einem der versetzten Tempel aus der Nubien-Kampagne im Kataraktgebiet von Elefantine, wo diese Mauer nun nicht aus Ziegeln, sondern hier einmal aus tatsächlichen Steinblöcken ausgeführt wird. Und siehe da, wir haben hier genau dieselbe Wellenbewegung, sodass also völlig klar ist, das ist kein Zufall, das ist nicht irgendetwas Verunglücktes, sondern das ist etwas, was hier ganz bewusst und eindeutig gebaut worden ist. Kehren wir zurück direkt zum Heiligen See. So lassen sich zunächst einmal zwei unterschiedliche Tempelarten ausmachen, wo wir diese Seen finden. Das ist einmal, hier wieder das Beispiel von Karnak, der Göttertempel. Das ist aber auch rechts zu sehen, der Verehrungstempel, also der Totentempel des Königs hier in Medinet-Habu. Also die beiden wichtigsten ägyptischen Tempelarten, Göttertempel, Totentempel, sie sind beide mit etwas unterschiedlichen Funktionen, auch mit Heiligen Seen vertreten gewesen. Hier zunächst einmal Beispiele für die Heiligen Seen, wie sie sich heute abzeichnen, wobei, ich erinnere daran, sie waren vom Grundwasser gespeist, sie ein sehr unterschiedliches Aussehen haben können. Der Heilige See von El Krab in Oberägypten, die beiden linken Bilder sehr unterschiedlich, in welcher Jahreszeit man hinkommt. Manchmal wirklich ein richtiger Teich, ein richtiger kleiner See, zu anderen Zeiten dann eher nur eine ausgetrocknete Wasserlache. Und manchmal kann man den Heiligen See nur noch an der Vegetation erkennen, rechts Tarnis im Ostdelta, wenn also der Grundwasserspiegel so weit absinkt, dass nur noch ein bescheidener Pflanzenwuchs dort übrig bleibt, wo einmal das Bassin für den Heiligen See gewesen ist. Wir haben drei Quellen, auf die wir uns beziehen können, wenn es um den Heiligen See gibt. Zunächst einmal ganz offensichtlich der archäologische Befund, also dort, wo man tatsächlich in der Landschaft noch einen See, und sei es nur einen Tümpel, erkennen kann. Oder, was natürlich dann auch oft der Fall ist, einen solchen dann bei Grabungen durch die Freilegung, und seien es nur einige Blöcke oder eine Treppe, die nach unten führt, eben auch durch die archäologische Grabung. Das Zweite sind die Inschriften, wobei die sich auch wieder aufteilen, einmal in Inschriften, die wir im Tempel selber haben. Wenn also einfach zum Beispiel der Heilige See erwähnt wird in angrenzenden Bauteilen, da steht jetzt nicht, hier geht es zum Heiligen See, aber dass da beispielsweise auch manchmal ein Ritual beschrieben wird und darin der Heilige See genannt wird. dann in beispielsweise biografischen Inschriften oder auch in sehr praktischen Inschriften, wenn es also etwa um Zuweisungen geht oder eben auch in Privatinschriften eben bestimmte Rituale erwähnt werden. Und dafür werden wir im weiteren Verlauf auch noch Bilderbeispiele sehen. Es gibt vor allen Dingen im Neuen Reich eine doch recht große Anzahl von Darstellungen, von Tempeln in Gräbern. Und in diesen Darstellungen sind dann auch wieder Heilige Seen zu erkennen. Das trifft sowohl für Theben West als auch beispielsweise für Amarna zu. Also so lassen sich auch Heilige Seen nachweisen. Für die es dann allerdings erst ab der Spätzeit und verstärkt in griechisch-römischer Zeit Eigennamen gibt. Also so wie jeder ägyptische Tempel auch seinen speziellen Eigennamen gehabt hat. Jezer Jezero ist etwa der Bachari. So können auch einzelne Tempelteile oder eben der Heilige See mit einem ganz bestimmten Namen bezeichnet werden. Nun wollen wir uns mit den verschiedenen Funktionen des Heiligen Sees befassen, was wir dann auch noch an einigen Bildbeispielen nachvollziehen wollen. Zunächst einmal eine ganz praktische Funktion. Der Heilige See ist das Wasserreservoir im Tempel. Es gibt eine ganze Menge von Vorgängen, für die man Wasser benötigt. Und nicht immer ist der Nil wenige Meter entfernt. Etwas ganz Wichtiges sind die Rituale, die mit Wasser vollzogen werden. Und letztendlich ein Teil dieser Rituale sind auch die Reinigungen, beziehungsweise das Bad des Priesters. Bevor ein Priester irgendeine heilige Handlung vollziehen konnte, bevor er eigentlich den Tempel betreten durfte, musste er sich reinigen. Ein Brauch, ein Teil des Rituals, ein Vorbereiten des Rituals, das ja nahezu alle Religionen übernommen haben, das finden wir im Alten Testament genauso wie in den frühchristlichen Kirchenanlagen, wo wir immer im Hof einen großen Brunnen haben. Und dieses Brunnenhaus gibt es auch in jeder Moschee. Also ein ganz grundlegender Gedanke. Man muss sich reinigen, bevor man dem Göttlichen gegenüber treten kann. Der zweite Bereich ist die Symbolik des künstlichen Nils. Es haben Prozessionen stattgefunden mit den Götterbildern auf ihren Barken, dazu gleich noch, auf dem Nil. Bei großen Festen haben sich auch die Götter, zum Teil sogar weit entfernter Tempel gegenseitig über diese Barkenfahrten auf dem Nil besucht. Und für den täglichen Kult hat man diesen Aufwand nicht betrieben, sondern man hat die Barken so als kleines Schiffchen mit den Götterbildern, mit den kleinformatigen Götterbildern darin einfach auf den Heiligen See gesetzt. Dann fielen die Prozessionen natürlich auch etwas bescheidener aus und fanden nur innerhalb des Heiligtums statt. Dann gibt es eine ganze Reihe von kultischen Spielen, die auch auf dem Wasser stattfinden. Etwa der Kampf Horus gegen Seed. Aber auch Vernichtungsrituale, ganz konkret geht es um den Fisch- und Vogelfang, der als Feindvernichtung interpretiert worden ist. Auch das findet sich entsprechend in den Darstellungen an den Tempelwänden und hat so dann auch auf dem Heiligen See stattgefunden. Ein dritter kultischer Nutzen des Heiligen Sees ist die Haltung heiliger Tiere, die nun in irgendeiner Weise als wasseraffine Tiere mit dem Nil-Wasser in Verbindung stehen. Ganz konkret geht es dabei um die Gänse, um die Gänse des Gottes Amun, um Krokodile, Stichwort krokodilsköpfiger Gott Sobek, und dann auch um die Fische. Und alle diese Tiere sind auch tatsächlich als lebende Tiere im Heiligen See. Nicht alle überall, das hängt natürlich von der jeweils dort vor Ort verehrten Gottheit ab, aber sie sind dort gehalten worden. Und wir könnten auch noch die Frösche mit hinzuziehen, obwohl die wahrscheinlich einfach sowieso da gewesen sind wegen des Wassers. Also das sind die Funktionen des Heiligen Sees, die teilweise übernommen werden können. Da kann sich etwas überlappen mit, ich habe es mal einfach als sonstige Gewässer im Tempel bezeichnet. Neben dem Heiligen See gibt es nämlich noch eine Vielzahl von Tempelteichen. Das sind ebenfalls rechteckige Anlagen gewesen, die innerhalb einer Gartenanlage sich befunden haben, die im Gegensatz zu dem Heiligen See nicht unbedingt ausgemauert gewesen sind und die tatsächlich dafür gedient haben, die Gärten im Tempel zu bewässern. Man hat dort Blumen angepflanzt, die man für den vielfältigen Blumenschmuck und auch als Opfergabe benötigt hat und es hat auch eine Art von Nutzgarten für Gemüse und Obst gegeben, gleichfalls für die Opfergaben. Dann gibt es einen Kanalteich, der T-förmig vor dem Tempel liegt und der zur Anlandung der Schiffe, der richtigen Schiffe vom Nil her gedient hat. Also eine Verbindung von Nil und Tempel über einen Kanal und das mündet auch in ein gemauertes Miniatur-Hafenbecken ein. Dann haben wir eine sehr besondere Form des Heiligen Sees, kann man auch nach links schieben, und das sind die sogenannten Ischero-Gewässer, die halbkreisförmig angelegt waren, also in ihrer Form sich von den anderen Seen unterscheiden und die wir ausschließlich bei Tempeln löwenköpfiger Gottheiten, also Göttinnen finden können und die dort auch zur Ausfahrt der Göttinnen und in ihrem Kultbild eine Funktion gehabt haben. Dann gibt es Ringteiche, die also ein Heiligtum umschließen. Bekanntestes Beispiel dafür ist das Osirion in Abydos. Hier ging es um die Schaffung einer Insellage. Und dann gibt es natürlich auch ganz praktisch den Brunnen, wo es wirklich um die Wassergewinnung gegangen ist, Trinkwasser aus der Tiefe nach oben holen und dann das Nilometer, auch wieder praktische Gründe. Man will wissen, wie hoch ist der Stand des Nils, wann kommt die Nilschwemme. Das hat ja dann auch alles kultische Folgerungen nach sich gezogen. Also wir sehen, dass es eigentlich relativ viel an Wasseranlagen, an Gewässeranlagen, an Anlagen in Verbindung mit Wasser im Tempel gegeben hat und wie gesagt, manchmal überschneiden sich einfach auch die verschiedenen Funktionen miteinander oder sie sind eben dann auch bei kleineren Tempeln für mehrere Zwecke genützt worden. Um in die Bedeutung, die diese ganzen Schifffahrten, diese Barkenausfahrten auch im kultischen Bereich gehabt haben, müssen wir ganz kurz etwas zu Schiffen allgemein sagen. Die Schiffe sind seit der Vorgeschichte links zwei Gefäße aus der Vorgeschichte, eine Garde-Zweizeit, so etwa 3300 vor Christus. Und seit dieser Zeit finden wir nicht nur Schiffsdarstellungen, sondern wir haben in dieser Zeit, hier sind sie mit Standarten versehen, auch schon den Hinweis auf eine kultische Einbindung dieser Schiffe, bei denen es sich nicht etwa um die Darstellung eines Tausendfüßlers handelt, sondern das sind die Ruder. Ein ägyptisches Schiff ist immer beides gewesen, Ruderboot und Segelschiff. Wir haben nur zwei Windrichtungen in Ägypten, einmal nach Norden, einmal nach Süden und deswegen musste man je nachdem, in welche Richtung man fahren wollte auf dem Nil, konnte man einmal segeln und das andere Mal musste man die Fahrt durch Rudern überwinden. Schiffe haben nun natürlich auch ganz banale Funktionen. Es ist natürlich das wichtigste Transportmittel gewesen. Straßen gab es außerhalb befestigter Orte oder Städte ja überhaupt nicht. Und man hat hier einfach auch Schiffe zum Reisen benötigt. Man hat Handel da mitgetrieben, aber sie waren natürlich auch ein wichtiges Machtsymbol. Sie haben auch zum Transport der Truppen gedient und gerade in der Zeit der Entstehung des ägyptischen Staates um 3000 finden wir besonders viele Schiffsdarstellungen. Wer die Schiffe hatte, hatte das Transportmonopol und konnte schnell von einem Ort zum anderen gelangen, was für die Gaufürsten, die Kleinkönige, dann ein unschätzbarer Vorteil gewesen ist. Aufgrund ihrer Notwendigkeit des Alltags, weil sie den Alltag in Ägypten bestimmt haben, spielen natürlich die Schiffe auch in den Jenseitsvorstellungen eine wichtige Rolle. Auch das Jenseits ist von verschiedenen Gewässern durchsetzt. Und von dieser Bedeutung im Diesseits, im Jenseits ist das Ganze dann auch in den kultischen Bereich der Götterwelt übertragen worden. Die Götter benutzen selbstverständlich, egal ob im Diesseits oder im Jenseits, auch Schiffe zu Transportzwecken. Auch sie wollen sich von einem Ort zum anderen bewegen und bedürfen dazu ganz profaner Dinge wie eben Boote oder Schiffe. Und daraus sind dann ganze Rituale entstanden und haben sich verschiedene sakrale Gegenstände, Kultgegenstände entwickelt, die man dazu benötigt hat und die alle auch ihren festen Platz im Tempel gehabt haben. Das wichtigste kultische Gerät in diesem Zusammenhang ist die Götterbarke. Wir haben sie hier links oben einmal aus der Chapelle Rouge, der Hatschipsut und rechts zwei Beispiele aus Abydos, aus dem Setus-Tempel in Abydos. Und wir sehen hier gleich noch mehr. Also wir können die Götterbarke zunächst einmal als eine Art Modellschiff bezeichnen. Und außer der Barke selbst, die hier an Bug und Heck zwei große Protomeaufsätze hat, mit deren Hilfe wir immer ablesen können, um welche Götterbarke es sich handelt, weil sie den Kopf des jeweiligen Gottes, also hier den Widder des Amun trägt. Dann wird diese Barke auf Tragstangen gesetzt, um mit deren Hilfe das Ganze bei den Prozessionen auch aus der Kapelle, aus dem Heiligtum heraustragen können. Und als Platz, wo das im Tempel verortet war, gibt es einen speziellen Raum, direkt vor dem Sanktuar, vor dem Allerheiligsten, wo die Barke auf einem sogenannten Barkensockel, Barkenuntersatz abgestellt gewesen ist. Also das ist ein, um es etwas banal zu sagen, etwas größerer Steinklotz natürlich mit entsprechenden Reliefs. Anders als in griechisch-römischen Tempeln ist das Götterbild, die Götterstatue, ja in Ägypten kleinformatig, aus wertvollem Material, Edelmetall oder auch Holz mit Edelmetall überzogen hergestellt. Ein Grund dafür, dass sich so wenige Götterbilder erhalten haben. Sie wurden halt in späterer Zeit ihres Materialwertes wegen einfach eingeschmolzen. Und dieses Götterbild stand in einem verschlossenen Holzschrein. Und der verschlossene Holzschrein stand in einem etwas größeren, verschlossenen Steinschrein. Also meist ein Monolith aus einem Hartgestein, aus Basalt, aus Granit. Und es ist die Vorstellung, dass in dem Moment, wo der Priester, übrigens ist es in den Darstellungen immer der König, der ist der hohe Priester eines jeden Tempels, im praktischen Alltagsleben durch den hohen Priester ersetzt, hinzutritt, dass den Schrein oder beides Schreine öffnet und dann mit dem Vollzug der Rituale beginnt, dass in dem Moment der Gott anwesend ist in diesem Raum. Und man hat diese hölzernen Schreine dann herausgenommen, auf die Barken gestellt und so die Prozessionen vollzogen. Stellen Sie sich das ruhig ein wenig wie die Fronleichnamsprozessionen bei uns vor, nur eben mit Schrein. Das Götterbild war als heiliges Bild, musste der Profanität des Alltags und des Blickes der normalen Menschen entzogen werden. Also deswegen blieb es immer in diesem Schrein. Und im Schrein des Amun, wie Sie es im unteren Bild sehen können, wurde, der wurde dann noch zusätzlich mit einem weißen Tuch verhüllt, damit auch nun wirklich alles geheim bliebe. Wir schauen uns im Amun-Tempel von Naga einen solchen Barkenuntersatz an, so wie wir ihn hier in der Bildmitte sehen können, hier dekoriert mit dem Symbolbild des Vereinigens der beiden Länder durch Nil-Gottheiten. Also das ist eine typische Darstellung, die wir oft auf diesen Barkenuntersätzen finden. Und dann aus dem Hypostyl von Karnak und rechts unten wieder von der Chapelle Rouge, der Hatschepsut, wie sich das dann weiterentwickelt. Wir sehen Götterbild im Schrein, das sehen wir nicht, wir sehen den Schrein und wir sehen die Barke, die dort symbolisch dazwischen geschaltet ist. Und dann kommen die Priester, die diese Barke, diesen Schrein hier hinaustragen. Und sie tragen ihn bei den großen Festen tatsächlich hinaus aus dem Tempel. Und wir finden dann entlang des Prozessionsweges, der immer zum Nil führt, verschiedene Stationsheiligtümer. Mit dem oberen Bild sind wir etwa beim Stationsheiligtum für die thebanische Triade Amun-Mud-Khons im Tempel von Karnak. Ganz links, der äußerste Pylon, aber zu der Zeit, als das errichtet wurde, war dieses Stationsheiligtum, lag schon außerhalb des großen Tempels. Rechts unten, die nun schon mehrfach erwähnte Chapelle Rouge, ein aus Einzelblöcken, die viele Jahrzehnte im sogenannten Freilichtmuseum von Karnak aufgestellt, aufgereiht gewesen sind. So alles schön in Sichthöhe. Damals konnte man jeden einzelnen Block ganz wunderbar fotografieren, seit einigen Jahren zu dem Stationsheiligtum zusammengefügt. Oder hier die Weiße Kapelle von Sesostris I. Und das ist nun ein Stationsheiligtum gewesen, das auch zum Durchschreiten bestimmt gewesen ist. Bei den anderen, wir sehen auch oben bei Karnak, vor dem Heiligtum, den Barkenuntersatz. Aber hier steht der Barkenuntersatz mitten in der Kapelle und sie lag also nicht am Rande der Prozessionsstraße, sondern sozusagen in der Mitte. Man schritt auf einer Seite eine schiefe Ebene hinauf, konnte dann die Barke absetzen und dann ging es gleich auf der anderen Seite weiter. Also diese beiden Typen gibt es. Wie gesagt, das Ganze diente dazu, zum Nil herabzuführen. Das sehen wir hier in einer alten Aufnahme. Heute ist dieses Gelände durch das Vorfeld gewaltiger Andenkenshops zugebaut. Hier kann man noch sehr schön erkennen, die Asphaltstraße, das ist der ursprüngliche Verlauf der Prozessionsstraße, die auf diesen kleinen Minihafen, Miniaturhafenbecken zuführt. Und wir sehen das Ganze in der anderen Richtung hier. ein bisschen aus der Tempelachse verschoben und auf der anderen Seite auch wieder eine schräge Rampe, sodass man dort die Barke auf dem Barkenuntersatz einfach gut nach oben tragen konnte. Und das ist dieser Teich mit T-förmigen Abschluss. Wir haben das hier jetzt mal zwei Beispiele aus thebanischen Gräbern, in dem Fall der 18. Dynastie. Und hier unten, das ist ein Beispiel für diesen T-förmigen Abschluss. Also das ist der Kanal, der vom Nil herauf führt zum Heiligtum, das hier mit dem großen Eingangspylon gekennzeichnet ist. Und hier dieses Tee, die Arme des Tees, wahrscheinlich dazu angelegt, dass die echte Barke, die ja da ankam, mit der kleineren Barke an Bord, dass die da wenden konnte. Die mussten ja auch irgendwann dann mal wieder zurückfahren und dass man das ganze Schiff dort umleiten konnte. Also auch wieder ein ganz praktischer Grund. Und dann konnte man eben nach links oder rechts abbiegen, dann zurückfahren, zurückstoßen sozusagen und dann wieder rückwärts raus, richtig rum rausfahren. Auch in dem oberen Bild, das ist jetzt zwar, das ist jetzt nicht der T-förmige, sondern das ist wirklich ein heiliger See, der hier abgebildet wird. Wir sehen hier auch wieder die Tempelarchitektur und hier das Schiff, das Modellschiff in dem Fall, das auf dem Heiligen See bewegt wird. Ich hatte das ja als eine der drei Quellen, die uns als Information über heilige Seen zur Verfügung stellen, schon genannt. Hier zwei weitere Beispiele aus Grabanlagen. Und zwar das linke ist eine Tempeldarstellung in einem der Gräber von Amarna. Und hier oben in dem eingekreisten Bezirk, da ist die Darstellung des Heiligen Sees. Also auch wenn die Tempelanlagen in Amarna ja ganz anders aussehen als sonst. Es gibt ja keine Innenräume mehr. Alles liegt unter der Sonne offen da. Die Einrichtung des Heiligen Sees ist, der ist man treu geblieben. Und das rechte Bild zeigt uns nun die andere, einen anderen Typ des Tempelsees, Tempelteiches. Hier eine große Gartenanlage mit Bäumen vor allen Dingen, dicht bestanden. Und da sehen wir eine ganze Reihe von kleineren Teichen, die aber auch alle viereckig angelegt sind. Also der runde Teich hat mit Ausnahme des Ischeru-Gefildes offensichtlich gar keine Rolle gespielt. Man wollte das immer schön in der Achsensymmetrie haben. Und hier kommen wir nun auch zu diesem außergewöhnlichen, abgerundeten Teil, das sogenannte Ischeru-Gewässer, immer dort, wo wir löwenköpfige Göttinnen finden. Und wir haben das auch in einer Darstellung aus einem Grab in Daryl-Medina aus der Zeit von Ramses II. sehr schön wiedergegeben. Hier führt eine Allee, eine Sphinkenallee, zum Tempel. Und die führt auch durch eine Baumallee. Und das eigentliche Heiligtum der Pylon mit zwei Kolossalstatuen ist umgeben von diesem ringförmigen Gewässer. Hier scheint es sich sogar ein Anschluss über einen Kanal, also vielleicht doch auch mal vom Nil, gespeist. Und wir sehen hier wieder, wie diese Göttin, ganz offensichtlich die Göttin Mut, diese Kultbarke mit dem Schrein, mit dem Götterbild darin. Warum diese eigenartige Form? Man vermutet, dass dies vielleicht in Angleichung an Wadi Begrenzungen bestanden hat. Also in einem Wadi in der Wüste ergibt sich das als natürliche Formation gelegentlich. Und diese Göttinnen, die löwengestaltigen Göttinnen, das sind alles Göttinnen, die mit der Wüste zu tun haben. Die Göttin Pachet etwa. Und es ist die Göttin, die sich ja erzürnt über das Menschengeschlecht, die in die Ferne gegangen ist und die am liebsten das ganze Menschengeschlecht vernichtet hätte und die man mit diesem Gewässer auch zu besänftigen versucht. Und statt das Blut der getöteten Menschen hat sie sich dann, man kann sagen, austricksen lassen, aber auch zufrieden gegeben mit einem großen Teich aus Bier. Und dann trank sie das Bier und war beruhigt und besänftigt. Also diese besondere Form und wir finden sie hier in der Landschaft direkt besonders eindrucksvoll eben im Bezirk des großen Amun-Tempels von Karnak, wo es ja Amun-Mud-Khons, also die weibliche Komponente, auch einen großen Tempel für die Göttin Mut gibt, der hier mit einem Tempelsee in dieser Hufeisenform umgeben gewesen ist. Als wichtigstes oder als eine wichtige Grundvoraussetzung für alle Rituale hatten wir die Reinigung kennengelernt, die wir vor allen Dingen im Eingangsbereich der Tempel dargestellt werden, wie hier links unten zu sehen. In etwas populärer Literatur wird es gerne auch als die Taufe des Königs durch die Götter bezeichnet. Es ist ein simples Reinigungsritual. Und dann hat es eine Unzahl von Libationen gegeben. Zu jedem Opfer gehört immer auch das Ausgießen von Wasser. Es gibt seit dem Alten Reich einen speziellen Wasserlauf, wo der König hier wieder Abydos spezielle Gefäße in der Hand hält. Das sind die Gefäße, die auch von den Nilgottheiten getragen werden, hier aus Tarnis, aus einem der Königsgräber, eine besonders wertvolle Variante. Es ist die sogenannte Hess-Vase. Es gibt eine Hieroglyphe in dieser Form mit dem Lautwert hs. Und die hat eben auch die Henkel und wird im unteren Teil an der schmalen Stelle gegriffen und für Libationen verwendet. Noch nicht explizit genannt war die Funktion des Heiligen Sees im Umfeld der Medizin. Wir sind hier in Dendara. Der Heilige See ist Ihnen wohl vertraut. Und nicht allzu weit davon entfernt liegt das sogenannte Sanatorium. Also ein Ort, den Kranke aufgesucht haben, um dort Heilung zu finden. Das Ganze initiiert und überwacht im Hotep, der ja die Karriere gemacht hat von einem lebenden Menschen, als weiser verehrt wurde und dann zur Gottheit mit Verehrung im Tempel und im miteigenen Heiligtümern aufgestiegen ist. Der Gott der Schrift, aber auch ein Heilgott par excellence. Und das zeigt uns, dass neben dem magischen Teil der ägyptischen Medizin doch auch gleichberechtigt ein eher praxisorientierter Teil gestanden hat. Also Wasserkuren, aber auch einfach Reinlichkeit als Teil der Bekämpfung von Krankheiten ist ja nun etwas, was bis hin zur Wellness heutzutage ein steter Teil, ein beharrender Fakt geblieben ist. Kommen wir zu den heiligen Tieren. Und da möchte ich beginnen mit der Gans, einfach weil sie das heilige Tier des Gottes Amun ist. Der Gott Amun, der nun auch als der große Schnatterer bezeichnet werden kann, der aus dem Urei entstanden ist. Also die Frage, was zuerst da war, Henne oder Ei hätte für die Gans des Amun wäre es beantwortet, das war zuerst das Ei. Und es ist eine sehr populäre Darstellungsform von Amun, der ja menschengestaltig oder widergestaltig oder eben in der Mischgestalt auftritt. Und in der Nähe von Heiligenseen oder in Karnak direkt im Anschluss hat es oft Geflügelhöfe gegeben. Und wir sehen in dem Schwarz-Weiß-Bild in der Mitte einen gedeckten Gang, der von diesem Geflügelhof direkt zum Heiligen See geht. Oft gibt es auch ganz, ganz kleine Treppen. Da fragt man sich, warum sind die so en miniature? Tyria, die waren nicht für den Menschen bestimmt, sondern eben auch für die Gänse. Nur ganz kleine Randbemerkung, auch in der römischen Religion spielen ja Gänse eine ganz wichtige Rolle, die Gänse der Göttin Juno, die Rom durch ihr Schnattern von militärischen Überfällen gerettet haben. Das zweite Tier ist natürlich das Krokodil. Vielleicht das Auffälligste, das Gefährlichste, sodass man tatsächlich immer wieder überlegt hat, hat man wirklich Krokodile gehalten? Aber es scheint einige archäologische Hinweise darauf zu geben, durch entsprechende Vorrichtungen, dass man da wirklich Krokodile ähnlich wie in einem Zoo gehalten hat. Ich hoffe, man hat aufgepasst, wer wann im Heiligensee schwimmen durfte. Und das sind nun zwei Objekte aus unserem Haus, die in Gestalt einer Opferplatte aus Ton, ein solches Krokodils Heiligtum uns zeigen. Rechts sehr schön, da ist im Hintergrund das sogar ein bisschen gefährlich dargestellte, breit auf sich aufbauende Krokodil zu sehen, mit einer Reihe von Gitterstäben abgetrennt davor liegen Opfergaben, während auf der Platte links die Opfergaben und die beiden Krokodile gleichberechtigt nebeneinander stehen geblieben sind. Sie sehen, dass das hinten offen ist und vorne eine Ausgustülle hat. Also das wurde auch selbst noch als Objekt für eine Wasserspende verwendet. Und es hat aus wertvollerem Material, aus Kalkstein, in der römischen Zeit sogar eine ganz spezielle Objektgruppe gegeben, die Opfertafeln aus Mendes. Wir blicken von oben drauf und sehen in der Mitte in einem heiligen See, zu dem eine Treppe hinabführt, das Krokodilsitzen. Und das Ganze ist auch wieder eine Opferplatte, ist durchbohrt hier in diesem Garten, der so labyrinthmeadrierenartig um das Ganze gelegt ist. Das sind Vertiefungen und hier vorne befinden sich dann die Löcher, wo das ganze Wasser, hier die Bohrungen, wieder ausgeschüttet wurde. Und nur als Hinweis darauf, dass es sich wirklich um eine ganze Gruppe handelt, nicht um ein einzelnes Objekt. Hier gibt es hier weitere Beispiele dieser Mendes-Opfertafeln, die oft an der Vorderseite, also hier wie auch das Münchner Stück, noch mit Fröschen verziert sind. Und diese Frösche, ich springe mal schnell vor, finden sich dann auch in der Miniaturausgabe in kleinen Bronzen, wo wir Teiche dargestellt sehen, an dessen einem Ende der Priester ein Gefäß ausgießt und etwa die Mündung konnte wieder von einem Frosch überwölbt werden. Die letzte Tierart, die wir noch nennen müssen in diesem Zusammenhang, ist der Fisch, der Oxyrinthus-Fisch, der vor allen Dingen im gleichnamigen Ort in Mittelägypten verehrt wurde, der in enger Beziehung zur Göttin Hathor steht, dessen Krönchen er auch trägt, deren Kopfputz er trägt. Und er ist eine der Erscheinungsformen des Sonnengottes. Und die Verbindung zu Hathor ist ja, dass Hathor nicht nur die Göttin der Schönheit und der Liebe, sondern auch eine Himmelsgöttin gewesen ist. Der Tempel von Edfu, der Horus-Tempel von Edfu, der uns nun in den Bereich der Rituale, der rituellen Spiele führt, die am, um, auf dem heiligen See durchgeführt worden sind. Horus, der Sohn von Osiris, der getötet wurde von seinem Bruder Seed und sein Sohn muss ihn erwachsen geworden rächen. Und so haben wir Horus in einer Barke stehend, also sein Kriegsgefährt sozusagen, ist wieder das Boot, die Barke. Wie er im Umgang des Tempels von Edfu in unzähligen Variationen diesen Feind vernichtet. Er fesselt ihn, er sticht ihn mit einer Harpune und Seed selbst ist in unterschiedlichen Gestalten gezeigt. Und natürlich ist das der ewige Kampf des Guten gegen das Böse. Also das Ergebnis ist, auch wenn es immer wieder von Neuem erzielt werden muss, schon dargestellt. Und eine besonders eindrucksvolle Darstellung hier im Detail unten als ein kleines, hilflos auf dem Rücken strampelndes Nilpferd ist der eigentlich gefährliche Gott, Seed dargestellt, hier längst besiegt und wird mit der Harpune gesperrt. Ebenfalls am äußeren Tempelhaus, links in Edfu, aber wir finden es auch in den anderen griechisch-römischen Tempeln, ist die Darstellung, wie die Gefangenen Feinde gefesselt im unteren Bildfeld zu sehen, in einem großen Netz gefangen werden, einem Schlagnetz, in dem auch andere Tiere, wie etwa das Wild der Wüste, gefangen werden. Das Ganze spielt im Papyrus-Dickicht, ein Ort der Fruchtbarkeit eigentlich. Und wir sehen in den Grabbildern der 18. Dynastie, wie der Grabherr in Begleitung seiner Familie auch hineinfährt in das Papyrus-Dickicht und mit einem Schlag Holz, es ist kein Boomerang, es ist ein Wurfholz, die Fische und Vögel jagt. Und das ist eine verschlüsselte Darstellung einer dieser tabuisierten Szenen für Sexualität, für das Zusammensein von Frau und Mann. Und deswegen ist auch hier der Grabherr mit der ganzen Familie dargestellt. Dieses Wurfholz übrigens gibt es auch in einer, ich sag mal, kultischen Variante. Also etwa ist es im Vorfeld des Hatschipsu-Tempels gefunden worden, auch bei Tutentiamun finden wir ein Wurfholz aus Fayence. Das wirft man natürlich nicht in echt, da wäre es ja beim ersten Mal schon zerschlagen. Aber das zeigt, das ist ein Wurfholz, das eben in dieses Umfeld der rituellen Feindvernichtung gehört. Also einmal praktisch wirklich als Wurfholz in den Szenen im privaten Grab und dann als Kultinstrument, als kultischer Gegenstand bei der Feindvernichtung in den Tempeln. Wir wollen jetzt, ich habe Ihnen einfach noch mal so zwischendrin, zwei dieser heiligen Seen reingestellt. Das ist einmal zur Erinnerung Medinet Habu und rechts Hermopolis. Ich hatte mir ursprünglich einmal als Konzept für diesen Vortrag vorgestellt, einmal von Süden nach Norden oder umgekehrt durchs Land zu fahren und die ganzen heiligen Seen der Reihe nach abzuarbeiten. Das habe ich sofort aufgegeben. Einmal ist das Bildmaterial zu schlecht und wie gesagt, vor Ort kann man sie nicht immer noch sehen. Und zum anderen hätte dieser Vortrag noch länger gedauert, da ja nun wirklich nahezu jeder Tempel seinen heiligen See besessen hat. Mit diesem Bild wollen wir uns verabschieden vom Diesseits und noch einen Blick auf das Jenseits werfen. Dort spielen die Schiffe als Transportmittel eine ebenso große Rolle. Ich erinnere auch an die Barken des Cheops, zwei von ihnen schon freigelegt, jetzt auch umgesetzt ins neue Museum. Und eine etwas unbekanntere Version am Sonnenheiligtum des Ni Usareh in Abu Gorob, zwischen Giza und Saqqara gelegen, wo wir heute wieder versandet ein riesiges, aufgemauertes Schiff aus Ziegeln finden, hier im roten Kreis, im roten Oval angegeben, in seiner Lage zum Sonnenheiligtum. Also hier auch wieder schon der erste Hinweis auf die Götterbarke, auf die Götterbarke des Sonnengottes Reh. Wir haben dann im nichtköniglichen Bereich, um den einmal auch jetzt zu erwähnen in der historischen Reihenfolge, gerade waren wir im Alten Reich, jetzt sind wir im Mittleren Reich, das Zwei-Wege-Buch in den kastenförmigen Särgen der Privatleute, wo wir immer eine doppelte Wegstrecke, deswegen Zwei-Wege-Buch finden. Die erste Landkartendarstellung der Unterwelt, die der Tote dann durchschreiten oder eben mit dem Boot durchfahren wird. Und einmal ist es ein Weg zu Wasser und einmal ist es ein Weg zu Lande. Und von diesen Darstellungen führt ja der direkte Weg in die Gräber, in die Königsgräber des Neuen Reiches, wo die zwölf Stunden der Nacht im Amduat das, was in der Unterwelt ist, vom Sonnengott mit Widerkopf auf einer Barke durchfahren werden. Und in dieser Unterwelt gibt es neben dem Nil, den wir hier sehen können, auch immer wieder sehen, teichförmige Anlagen. Hier rechts unten zum Beispiel dienen sie auch wieder der Feindvernichtung, dieses etwas eigenartige, unbestimmte. Das sind jetzt keine Schwimmer, die da sportlich unterwegs sind, sondern das sind die ertrunkenen Feinde, eine besonders üble Art der Vernichtung, da durch das Ertrinken der Körper verloren gegangen ist, also eine Mumifizierung und damit der dauerhafte Zugriff auf den Körper im Jenseits als Voraussetzung für die Auferstehung nicht mehr gegeben gewesen ist. In den verschiedenen Unterweltsbüchern unterscheiden sich die Darstellungen der Barken durch die Art der Besatzung, die am Anfang links im Amduat 18. Dynastie sehr üppig ist. Eine ganze Reihe von Gottheiten dürfen da mit dem Sonnengott in der Mitte auf dem Boot, auf der Barke sich befinden, während im anschließenden Pfortenbuch die Besatzung und die Begleitung des Sonnengottes, der sich hier unten, das ist aus dem Grab des Haremhab, auch wieder in einem kleinen Schrein befindet, dann deutlich abgenommen hat und den Sonnengott mehr oder weniger auch allein auf der Barke zeigt. Gehren wir wieder in den privaten Bereich zurück, wo wir in den Jenseitsvorstellungen immer natürlich auch Wasser haben. Hier die Darstellung des Paradieses und wie sollte ein Paradies in einem Land, das überwiegend aus Wüste besteht, anders aussehen als hier mit einem System von Kanälen mit kleinen Seen und einem üppigen Bewuchs, in dem der Verstorbene seiner Arbeit stets, egal was er im tatsächlichen Leben gewesen ist, in Form von Ackerbau nachgeht. Und die Paradiesvorstellung im Alten Testament ist ja nun auch gerade in dieser Gegend entstanden und die erste Paradiesvorstellung, die wir tatsächlich auch bildlich greifen können, das ist wie immer eigentlich diejenige, die wir hier in Altägypten finden. Auch der Garten der Beamten ist natürlich mit einem Teich versehen, auf dem der Verstorbene auch gelegentlich hin und her fahren kann. Dazu gleich noch, aber ansonsten ist es auch hier die üppige Pflanzenwelt, die schönen Bäume und Blumen, die man zeigen will. Und dieser Teich, dieser See spielt eben auch die Rolle in der Jenseitsvorstellung. Man braucht das Wasser, um weiter existieren zu können. Der Verstorbene, der an seinem Teich kniet, aus ihm trinkt mit der Palme, ist ein festes Motiv. Oder auch die Baumgöttin, die den Verstorbenen und seinen Bar in Gestalt des Vogels mit Menschenkopfes, ein Münchner Stück rechts, mit Lebensmitteln und eben auch mit Getränken versorgt. Also hier sind die Ideen. Einmal bezieht es sich auf das Jenseits. Im Tempel bezieht es sich auf den Kult der Götter. Aber die Bilderwelt ist doch sehr ähnlich und arbeitet mit denselben Elementen. Ein Grabrelief aus einem Grab der unmittelbaren Nachamana-Zeit zeigt uns auch einen solchen privaten Teich. Am Rande sehen wir noch, dass wir uns bei den Begräbnisfeierlichkeiten befinden. Die Klagefrauen, die klagenden Diener. Und auf dem Teich sehen wir aber auch das Boot mit dem Schrein des Verstorbenen. Und hier kommen wir nun zu einem Teil des Begräbnisrituals, nämlich der Fahrt nach Abydos. Abydos ist in der Hauptkultort des Jenseitsherrschers des verstorbenen und wiederauferstandenen Gottes Osiris, liegt in Mittelägypten und auf der Fahrt, die nun vielleicht tatsächlich von begüterten Menschen stattgefunden hat oder wenn man in der Nähe gelebt hat, der Verstorbene in einem Schrein mit seiner Ehefrau. Und das Boot, das Totenboot, wenn Sie so wollen, die Totenbarge, wird gezogen von einem normalen Lastschiff. Und es sind immer zwei Richtungen dargestellt, also einmal nach Abydos und einmal von Abydos kommend. Und wir können eben das vorhergehende Relief so interpretieren. Wenn man nicht tatsächlich nach Abydos gefahren ist, dann hat man vielleicht auf diesem privaten See im Garten zunächst einmal auch die Werke mit dem Sarg des Verstorbenen hin und her gezogen als Teil des Begräbniszuges. Diese Überfahrt mit dem Schiff in ein Jenseits, das haben wir ja auch in anderen Kulturen, etwa in der Griechischen, das Übersetzen mit dem Fährmann. Und auch die zeitgenössische Kunst hat es aufgegriffen. Gehen Sie einmal hinüber ins Museum Brandhorst. Da gibt es diese wunderbare Barke links unten von Cy Twombly, der sich lange Zeit in Oberägypten aufgehalten hat. Sie ist inspiriert von einem der Boote von Tutankhamun. Er hat im Winter Palace in Luxor gewohnt und dieses Kunstwerk trägt den eigenartigen Titel Luxor Winter Passage. Und manchmal frage ich mich, ob das nicht ein Missverständnis des Galeristen ist, der nicht verstanden hat, dass das eine persönliche Anspielung ist, weil Cy Twombly lange im Winter Palace gewohnt hat. Das ist nur so eine Idee. Und die ägyptischen Bargen, die ägyptischen Schiffe haben Cy Twombly auch in seinem Zyklus Lepanto, der ebenfalls hier im Brandhorst hängt, immer wieder inspiriert und offensichtlich sehr stark beeindruckt. Nun kommt hier das, was uns noch fehlt, nämlich Abydos selbst als Beispiel für den ringförmigen Teich, für die ringförmige Anlage. Das Osirion, also der mythische Bestattungsort des Gottes Osiris, ist von einem vom Grundwasser gespeisten Teich auf allen Seiten umgeben. Übrigens eine Vorstellung, die es, das habe ich jetzt vergessen als Bild hineinzustellen, durchaus schon im alten und mittleren Reich gibt, wo ja das Gangsystem in den Pyramiden, vor allen Dingen dann auch im mittleren Reich, wo es noch viel differenzierter geworden ist, nicht wie man auch immer behauptet hat, einfach irgendwelche Grabräuber abhalten sollte, sondern wo es das Jenseits, die Unterwelt nachbildet und wo man eben auch sehen kann, wie der Sarkophag, die Sargkammer von so einem in Anführungszeichen Ringteich, also von einem Gangsystem umgeben wird, einerseits um es zu isolieren und auch wieder diese Anspielung auf den Urozean nun, auf dem nun das erste Land entstehen soll. Und diese enge Beziehung von Osiris, der ja auch ertrunken ist, im Nil ertrunken ist und dann zerteilt wurde, zerhackt wurde von seinem Bruder Seth, ist schon im neuen Reich greifbar, ebenfalls eine Darstellung aus Abydos und zeigt uns den Gott mit einer blauen Körperfarbe. Also da ist auch wieder eine enge Beziehung zu sehen und diese Beziehung zum Wasser wurde dann in römischer Zeit aufgenommen, wo wir eine neue Gottheit haben, Osiris Canopus oder dann nur Canopus, der in einem Wassergefäß verehrt wird, dass ein ägyptisierender Kopf aufgesetzt wird und es hat hier auch ein Missverständnis gegeben. Es gab zuerst die Bezeichnung Canope für ein solches Gefäß, das den Gott Osiris mit seinem Bezug zum Wasser meint und daraus ist dann abgeleitet worden der Begriff Canopus, Canope für die eingeweihte Krüge, aber das ist eine rein äußerliche, formale Geschichte und hat sonst eigentlich nichts miteinander zu tun. Wie immer zwei Beispiele aus dem eigenen Haus. Hier ein kleiner Schrein, der auf einer Seite die Darstellung des Canopus trägt und eine kleine Terrakotta-Figur, die uns ebenfalls diese Gottheit wiedergibt. Und nun fehlt natürlich noch das Canopus-Tal in Tivoli vor dem Turm Roms, zweites Jahrhundert nach Christus von Hadrian erbaut. Und er hat ja dort Orte aus seinem ganzen Imperium nachempfunden. Und Canopus übrigens ein echtes Tal in Ägypten, ein Nil arm im Westdelta, ist hier zu einem großen heiligen See geworden. Und Hadrian erinnert damit natürlich auch an seinen jugendlichen Gefährten Antinus, der im Nil ertrunken ist und der hier auch ein Grab, ein Pseudograb, ein Kenotarf mit Obelisk erhalten hat. Wir schließen mit einem Blick noch einmal nach Naga. Da fragt man sich ja, Naga mitten in der Wüste gelegen, soll es da auch etwa einen heiligen See gegeben haben? Und da möchte ich doch mal eine gewisse Neuinterpretation wagen. Wir haben in Naga unten das Luftbild mit Drohne erstellt, zwei große Jafire. Jafire sind Wasserbecken, die wirklich auch angelegt worden sind und in der Wüste vertieft worden sind, um das Wasser aufzunehmen, das dann in der Regenzeit durch die Wadis in die Stadt oder in die Nähe der Stadt geflossen ist. Und wir haben hier interessanterweise zwei große Jafir-Anlagen. Der eine ist örtlich, es ist der rechte, zugeordnet dem wichtigsten Tempel, dem Amun-Tempel in Naga und der andere zugeordnet dem Löwentempel für die meroitische Löwengottheit Apedemag. Also es gibt für die beiden wichtigsten Heiligtümer zwei Jafire. Und vielleicht ist hier, wir erinnern uns daran, dass wir auch die Nilgottheiten dargestellt finden im Amun-Tempel, doch auch im Hinterkopf der Gedanke dieser Wasseranlagen gewesen. Dass das trotz der Situation mitten in der Wüste nicht allzu weit hergeholt ist, zeigt zum Beispiel dieser riesige Frosch, der ist über einen Meter hoch, der aus einem anderen meroitischen Tempelbezirk stammt, aus Baza. Hier sitzt er nun am künstlichen Nil im Nationalmuseum, im Garten des Nationalmuseums von Khartoum. Und wir haben ja auch die Skulpturen oder die Figuren der Frösche an den Modellen der heiligen Seen gesehen. Also offensichtlich auch dort eine Art ursprünglich in der Wüste gelegen, heiliger See aus dem Grundwasser oder auch am Rand eines Jafirs gelegen. Und deswegen auch mit dieser ganz besonderen Statue noch auf diesen Fruchtbarkeitsregeneration wieder Auferstehungsidee mit belegt. Und dass dieses Wasser eine Rolle gespielt haben muss, dazu auch noch ein Gedanke zum Hathorheiligtum, das dem Löwentempel räumlich zugeordnet ist. Das steht an einer relativ tiefen Stelle, fast so an der tiefsten Stelle in der Umgebung, auf einem sehr soliden Fundament. Und so sieht es dort in den Sommermonaten aus. Und das stand tatsächlich mehrere Wochen je nach Regenzeit mehrere Monate im Wasser. Und das haben die Menschen ja damals gewusst. Die wussten ja, wie es dort in der Zeit der, in der Regenzeit aussieht. Und es wäre ja unschwer möglich gewesen, dieses kleine Heiligtum einfach 100 Meter zu verschieben, an einer anderen Stelle zu bauen, wo es nicht jedes Jahr mit der Sockelzone im Wasser gestanden hat. Nein, man hat es ganz bewusst an diese tiefe Stelle hingestellt. Vielleicht, weil man damit tatsächlich auch ein Heiligtum in einem künstlichen See haben wollte. Also diese uralte Idee aus Ägypten vielleicht nicht hundertprozentig mehr verstanden hat, doch aber doch in irgendeiner Weise wieder aufgreifen wollte. Vielen Dank.